Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen und sonnigen Tag. Ich hoffe es geht euch gut und ich stelle gerade mal wieder fest, weil ich nehme heute zum ersten Mal so eine Handystange, um ein Video zu drehen. Das ist viel bequemer, als das Handy die ganze Zeit in der Hand zu halten und den Arm lahm werden zu lassen. Was sagt mir das wieder? Leiden ist leichter als lösen. Ich hätte diese Handystange auch schon mal eher nehmen können. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ich wandere ja heute mit euch durch Grütendorf, um euch mal zu zeigen, wo wir am Samstag das Seminar begehen. Hier in dem wunderschönen, ich drehe jetzt mal das Handy und hoffe das klappt, in dem wunderschönen Haus am Quall. Das Haus ist aus dem 11. Jahrhundert, hat eine ganz tolle Energie und ich bin ganz glücklich, dass ich das als Seminarhaus gewinnen konnte. Ich habe noch zwei Plätze frei. Also wenn du noch den Wunsch verspürst, auf ein tolles Seminarwochenende zu kommen, wir werden viel draußen machen, wir werden viel drinnen machen. Es ist abwechslungsreich. Es sind die alten indigenen Techniken kombiniert mit der Positivpsychologie für mehr Lebendigkeit im Leben und für die beste Version deiner selbst. Wenn du noch Interesse hast, freue ich mich sehr, wenn du dich noch bei mir meldest. Bis Donnerstag kannst du dich noch anmelden. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Lieben Gruß aus dem wunderschönen Grütendorf. Bis dahin. Tschüss.